Und wir sind zurück und machen denselben Scheiß nochmal. Juh, Freude. Oh, das hätte ich... Ach, das ist ein ganz schlechter Platz, um zu speichern. An der Wand ist schlecht. Das ist einfach nur schlecht. Aha. Hm. Ja, geht doch. Hm. Nein, 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 nein. Wie, was? Ja, geht doch. Das war ein bisschen... Ach, jetzt habe ich es ganz versaut. Okay, once again. Zwei Safe Stats, weil es besser ist. Okay, 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 ich mache es langsam. Ich kann dieses Rutschen auch nie einschätzen. Da rutsche ich nur auf dem letzten Meter in die Pflanze rein und habe mir den Safe Step verhauen. So was ist einfach ätzend. Okay, wir machen, wir machen es. Ganz klassisch. Irgendwie ist das bei mir so eine Angewohnheit, die ersten Tries zu verhauen. Und die danach auch. Sag mal, ich glaube, ich muss... Ach, ja, ich hasse es eigentlich, so einzeln zu machen. Das dauert ewig und ist halt total lame. Aber ich kriege es gerade nicht anders hin. Und runter geht es. Und hoch und runter und... Irgendwohin. Hauptsache nicht in die Pflanzen. Das funktioniert doch wieder. Ich halte einfach meinen Mund. Ich glaube, es ist besser. Es ist einfach besser. Die einfachsten Sprünge des Levels und ich verhause. Und hoch und hoch und... Safe Step 2. Okay, okay, okay. Ich mache wieder... Ich sag's doch. Es ist so gut, dass ich zwei Safe Steps mache. Das glaubt ihr gar nicht. Sag mal... Quetsch du dich jetzt bitte mal dazwischen, Mario? Herr Gott, noch eins. Das ist doch jetzt wirklich nicht so schwer. Oh, der Sprung ging in die Hose. Ja, was soll ich denn hier machen? Äh, okay. Äh, ich hasse diesen Art von Sprung. Oh, Football-Spieler. Ich mag euch nicht, Alter. Ich mag dich nicht. Wey, Level geschafft. Ich freu mich. Und ich bin grad unschlüssig, ob ich zuerst das Kotz-Level mache oder das Work-Level. Hm. Ach, ja. Ich glaub, ich mach erst... Naja, ich mach jetzt das hier. Das Kotz-Level kommt zum Schluss. I hope you have lightning-fast reflexes. This will be... Äh, ja, toll. Ich freu mich. Und es laggt. Ich kann es nicht leiden, wenn es in solchen Leveln laggt. Ach, Herrgott. Hurry up, Mario. Ach, ich spring direkt in die Lava. Es ist einfach so klasse. Es ist einfach so typisch. Nein, das war ein scheiß Safe-Stat. Oder? Ne, doch nicht. Der geht noch. Wohl, das könnte... Das könnte schon wieder zu eng gewesen sein. Das war schon wieder zu eng. Ich seh das schon. Okay. Uh. Ich wollt grad auf Geheimgang umschwenken, aber gut, dann doch nicht. Sorry dafür. Schnell, 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 Okay, ich schaffe es nicht mehr, also schwenke ich auf Geheimgang um. Äh, wie ging das? Ach, Herrgott. Äh, warte. Jetzt habe ich es, ja. So, und dann... Aha. So. Ja, irgendwie so. Jawoll. Das ist überhaupt nicht mein Spezialgebiet hier, aber... Äh, na. Das ist einfach nicht mein Spezialgebiet. Belassen wir es dabei. Ha. Äh. Weh, geschafft. Äh, du bist noch da? Bist du noch da? Bitte sag mir, dass du noch da bist. Du bist noch da. Äh, zweiter Safestead. Und Safestead. Und Safestead. Nice. Ja gut, so schwer ist das nicht, muss ich zugeben. Ach, Herrgott. Ich versauge wieder die einfachsten Sachen. So, äh, wir müssen hier einen kurzen Cut machen. Bis gleich.